so wir kommen zurück wir machen jetzt weiter wir müssen zusammen auch auch da im sprung auch schaffte machen ok wenn ich da schaffe habe ich genug Münzen für den Stern was machen die an die haben ja gar keine schnitte jawohl wund der da ja ich kann nicht einkaufen ich habe die maximale sind dass ich immer hinkomme aber das bringt mir nichts ich nehme auf jeden fall hin aber in den wachspiel ist es dann so man kann sich keine man kann sich dann keine man kann sich dann keine erster stern jawohl gut hier ist der stern jetzt zum kampfspiel i got it i got it es ist eine warte hier drüben versuchte unterschiedlich versucht unterschiedlich zu gelangen kampfspiel zeit für das kampfspiel mal sehen was ich euch dafür aufklöpfen kann zehn münzen ja reicht nicht ganz wie was ihr habt wirklich drei zehn münzen wir sammeln es großartig ender fehler trotzdem noch eine kleinigkeit aber sonst lasst lasst euch die kämpfe beginnen das ist neu wir nehmen das ist mehr glückssache das ist neu das ist ein kleines aufklöpst der kleine linie wer sie aber hinauslaufen aufzunehmen kann gewinnt das spiel Bewegen erhalte ein Schwer der Wege als Salzbundeskinder ohne Ingenieur, die wir als Salzbundeskinder sind. Okay, ich muss uns der Kleine folgen, der Kleine mir folgen. Das ist gar nicht zu schwer. Gucken wir mal, wer am besten ist. Scheiße, aber ich bin Zweiter. Ich bin zumindest Zweiter, also bekomme ich auch noch ein bisschen was. Na, Münzen, toll. Naja, immerhin ein bisschen was. Naja, hat nicht sollen sein, aber ist auch mal so passiert. Nötig ich die Maxi-Pilz genommen. Das hattest du nicht. Da hat ja keiner, was ich da jetzt bringen soll. Gar nichts. Ja, Peach kann mich jetzt gerne treffen. Das bringt ja aber nichts. Weil ich... Weil ich eh fast nichts hab. Die sind nur noch Münzen, die ich da hab. Pff, gut. Dann hat er noch Münzen mehr, aber ich hab dann keine mehr. Aber... Was soll ich denn machen? Dann hat sie mich auf jeden Fall... Ja, natürlich. Das bin ich. Und Bowser fällt. Ja, ich muss den Münzen abgeben, Blazey. Ich bin in die Mini-Bowser. Wenn ich den Leicht geflüchtet habe. Ja, so muss das sein. Ich bin zu Edge. Wir haben mich später. So, nächstes Spiel. Nächstes Glück. Vergessen Timer zu stellen. Wunderbar. Ein 2 gegen 1. Das kommt. das Spiel neun Spiel ein Spieler versucht den Stammelballen die Ballonne oder anderen zu treffen dann eine 3 umfassert gewinnt das Ziel springen Richtung ändern ja 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 ich du solltest schon wohin du solltest schon springen da ist sie weg da ist sie weg da ist sie weg da ist sie weg neun oh nein oh nein Wanschi Wanschi das schaffen wir noch das das schafft er nicht mehr das schafft er glaube ich nicht mehr was machst du denn ja das haben wir geschafft wunderbar ich das 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 schwer von dieser Stapelkugel aber wir haben gewonnen das bringt ihnen doch überhaupt nichts oder ich verstehe das nicht ich nehme wenn ich also wenn ich gucke soll ich zum stern ich könnte mit dem kleinerpilz durch die röhre gehen also hier nach links dann komme ich hier rein hier runter hier rüber hier runter hier durch dann hier auf hier auf hier hin mit der stellung haupt das könnte gehen leute das könnte funktionieren leute das ob ich jetzt auch ich habe mindestens der zwei mindestens wenn der einzige scheiße hat das spiel mich lieb natürlich nicht das spiel ist ein scheiß spiel so jetzt ich will ein bisschen ich will jetzt bitte noch mal einen kleinen pilz haben jawohl dann geben wir den extra nein ist ja wurscht